Verehrte Fahrgäste, auf Gleis 3. Achte, der Zug fährt ab. Gute Reise. Do you speak English? Sprechen Sie Englisch? I'm a foreigner. Ich bin Ausländer. Slowly, please. Langsam, bitte. What is this? Entschuldigung. Was ist das? I don't understand you. Entschuldigung. Ihre Karte, bitte. Ich verstehe Sie nicht. Ihre Karte, bitte. Ah? Ausländer. Langsam, bitte. Also, zeigen Sie bitte Ihre Karte. Karte? Ja, also das Ticket. Oh. Mama, this is hard. Ah, hard. Do you have pillow? Ist das sehr hard? Brauchen Sie Kissen? Hard? Kissen? Nein, nein. Pillow, pillow. Nein, wir haben kein Kissen. Zeigen Sie bitte bald die Karte. Bald? Hören Sie mal. Huh? Mal? Gab, gab. Ach, diese Ausländer. Zeigen Sie bitte sofort Ihr Ticket. Sehr geehrte Fahrgäste, wir informieren Sie darüber, dass in diesem Zug ein mobiler Catering Service an Bord ist, der Ihnen Getränke und kleine Snacks am Platz anbietet. Mama? Mama, Mama, chocolate. Guten Tag. Guten Tag. Chocolates? Zwei Schokoladen. Kaffee? Kaffee? Nur einen? Ähm, möchten Sie Zucker? Nein. Dann das macht Sex. Sex? Untertitelung des ZDF, 2020